6.8.2022, der FEWU ist bei den zehn Kilometern von Dürrwis. Kennern fällt auf, dass irgendetwas anders ist heute. Bisher kam die Strecke ja immer hier rauf und dann darunter. Heute kommen sie von dort und dann hier runter, weil es eine Baustelle gibt und die Strecke auf eine andere Runde von 1,2 umgebaut wurde. Für die, die nicht selber rechnen wollen, das sind dann acht Runden heute. Heute kommen sie nicht da raus. Streckenteilung ist dann erst da vorne. Für die, die es noch nicht erraten haben. Streckenteilung 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 Vielen Dank. 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 Bye. Bye. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Super Thorsten! Super Thorsten! Super Thorsten! Super Thorsten! Super Thorsten! Ja, das war's. Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR